Willkommen zurück, liebe Herrschaften, zu meinem Let's Play Victoria 2. Mal schauen, dass wir dieses Mal relativ schnell durchgehen. Wir werden da nämlich wenig in diesen Krieg investieren, den wir da noch führen. Tatsächlich investiert auch Japan recht wenig in diesen Krieg, den wir hier führen. Japan denkt sich wahrscheinlich genau das Gleiche wie wir und lässt seine Verbündeten kämpfen. Tatsächlich funktioniert das relativ gut. Ich sehe hier, dass Korea mit einer Haufen Truppen darüber gekommen ist und gerade Putschab fertig macht. Ich meine, arg. Japan ist so arg. Die lassen ihren Verbündeten hier für sich kämpfen. Oh, Äthiopien ist mal ein Einflussfall. Na gut, ich glaube, das werde ich überleben. Tatsächlich scheinen wir diesen Krieg alleine durch Afghanistan, Korea und Lurin-Brabang zu gewinnen. Ich finde das gut. Also, Japan macht das genauso wie wir. Finde ich ärgerlich, dass nicht nur wir sowas tun. Jetzt hat Korea auch noch die Reserven mobilisiert, deswegen Japan auch. Na gut, das ist aber so lächerlich. Hey, unsere Flugzeuge sind stärker geworden. So, außerdem wartet es mal, wieso wir eigentlich in der Lage sind, wieder Malonien in unsere Einflusssphäre aufzunehmen. So, wir werden für Dahlen. So, wir werden für Dahlen. Okay. Gut, das Großbritannien auf den Hoch. Das war so schnell. Was war das für ein Krieg? Oh, schau, schau. Eine Art Weltkrieg ist das da. Wieso ist der Kriegsgrund weg? Ah, weil Großbritannien auf der Seite eingegriffen hat wahrscheinlich. Deswegen war das sofort wieder weg. Ich konnte ihnen nicht helfen. Wenn ich schneller drinnen gewesen wäre als Großbritannien, hätte Großbritannien auf der anderen Seite nicht eingreifen können. Uff. Das ist gut. Hier kriegt Skandinavien und Deutschland einen auf den Deckel. Und die Niederlande auch. Das können sie gar nicht gewinnen. Das sind drei Major Powers. Und Deutschland ist schon so geschwächt durch die ganzen Kriege gegen mich. Außerdem... Vielleicht könnte man dann... Die Waffenruhe ist vorbei. Wir werden gegen Deutschland noch einen Kriegsgrund suchen. Kostet 11, da bleiben wir unter den 25, wenn das passiert. Mit etwas Glück können wir den Krieg gegen die Staaten, bevor der Krieg dort noch in irgendeiner Weise vorbei ist. Und dann können wir uns Hannover nehmen. Dann haben wir ganz Hannover mit Helgoland und Dings zusammengeführt. Und... Was für ein perfider Plan. Warte von. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir machen es auf jeden Fall trotzdem. Okay. Also Montenegro darf echt nicht durch uns durchpersen können. Können wir auch gern haben. Na okay, hier schon. Das ist super. Wir gewinnen diesen Krieg gegen Deutschland. Bitte nicht durch. Nein, vergesst es. Dann machen wir das. Steuereffizienz erhöhen. Oder... Ah, Fabriksleistungen. Natürlich machen wir Fabriksleistungen. Deutschland, Skandinavien haben mobilisiert. Italien, seitdem die eine Großmacht sind, haben die noch keinen einzigen Krieg, glaube ich, geführt. Die halten sich sehr sehr weise aus allem heraus. Das ist irgendwie irritierend, wie klug die das machen. Und Großkolumbien ist auch wieder weg. Ja, ihr dürft es schon durch. Wie soll ich jetzt gerade so viele Schulden? Durch die Kriege da im Norden leidet meine Wirtschaft. Warum eigentlich? Das müsste doch meine Wirtschaft ankurbeln. Da müssen wir die Steuern erhöhen. Geht es der Wirtschaft gut? Geht es allen gut? Sagt man. Sagt der Herr Leitl. Okay, müssen wir noch mehr rauf gehen. Ein bisschen Prestige. Flocken werden stärker. Ah, genau. 50%. Das geht schon. 35% und 35%. Was ich mir schon lange nicht mehr angeschaut habe, ist, wie denn... Oh, was ist da alles? Nepal. Nepal hat die Beziehung zu uns verbessert? Echt jetzt? Ich wusste nicht mal, dass das existiert. Frankreich und Bayern sind ein Pärchen noch immer. Okay. 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 Ich muss noch kleine Beziehungen verbessern mit denen. Gut. Mir scheint, als würden wir diesen Punjab-Krieg gewinnen, ohne dass wir irgendeinen Finger dafür gerührt haben. Oh. Und Afghanistan werden wir sogar noch was dazukriegen. Na gut. Andererseits verständlich. Die haben immerhin den Krieg geführt. Also so gesehen passt das schon. Argentinien wieder ein Bündnis. Na klar. Machen wir doch glatt. Boah. Mist. Das geht aber schnell zu Ende bei denen. Au. 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 Ha. Wir haben den Krieg gewonnen. Gut. Und der Krieg geht da auch ziemlich bald zu Ende. Ja. Die ganzen Pazifisten machen das nur langsam. Ah. Fürchterlich. Wir könnten jetzt die Hurra-Patriotisten wieder an die Macht bringen. Was ist denn mit dem Ding? Wie sind das eigentlich mit den Konservativen? Die sind Residenz. Ach. Ich hasse das. Wieso sind die Radikalen, also die Reaktionären für mehr Bürgerrechte als die Konservativen? Österreich ist echt arg. Gut. Wieso sind die Radikalen? Was ist denn mit dem Radikalen? Wieso sind die Radikalen? Wieso sind die Radikalen? Wieso sind die Radikalen? Zettowalde? Zettowalde, der Anführer der Lausanner Schule und ein illustres Mitglied der zweiten Generation der neoklassischen Revolution. Obwohl er zu Lebzeiten dann moderat einflussreich war, wurde es ein Denkansatz bezüglich der allgemeinen Gleichgewichtstheorie während der großen parizianischen Wiederbelebung, was auch immer das war, der 1930er Jahre wiederentdeckt und haben seither viele Ökonomen geleitet. Na ok. Schön. Schön. Für ihn. Gut. Jetzt werden wir Regeln. China, Nepal, Italien und Italien. Gut. Das hat leider nicht funktioniert, was wir wollten. Schauen wir mal. Jetzt brauchen wir nur noch 220 Tage. Die deutsche Bedrohung, ja das ist wirklich eine Bedrohung. Das ist jetzt Osternowa und das ist auch Osternowa. Das ergänzt sogar an uns, das ist super. Ich verliere kein Prestige. Ah, der Krieg ist zu Ende und schon ist in unserer Gegend wieder. florierend unsere Fabriken. So ein Krieg ist halt doch nicht so perfekt für alles und jeden. Ich weiß nicht genau, was da passiert, aber naja, was soll's. Ein General ist verstorben. Den werden wir ersetzen. Ich darf den Herrn Hortstein. Dann falsch. Und den werden gleich wieder ein General erstellen. Und weiter geht's. Was sind das für lustige Länder, die mich da freundlich stimmen wollen? Hm. Ha. Ach nein. Ich will das nicht. Das mit der Ernennung ist perfekt eigentlich. 50%. 50%. Fast. Nicht ganz. 50%. Wir brauchen halt wohl mehr Sozialisten. 50%. Es fängt mit den Revolutionen wieder an. Hmm. Chiensianische Ökonomie? Marktbestimmter Wechselkurs. Nö, Hyperinflation wollen wir uns nicht holen. Was kommt das? Nehmen wir den Keynes. Gut. Aber, genau, wir wissen, wir haben ein Schwach. Wir müssen uns das mal aufzunehmen. Was? Argentinien? Ach Gott. Soll ich euch sagen, was ich davon halte? Gar nichts. Knur. Blöde Amerikaner, können die nicht irgendwie daheim bleiben? Alle nerven es mich. Alle wollen sie meine Einflusssphäre beschneiden? Ich habe eh so eine kleine nur. Okay, sie ist die größte auf der Welt, aber trotzdem. Okay, Luzern ist österreichisch. Sehr gut. Na, wir sind schon recht gut. Selbst in Afrika sind einige Sachen österreichisch. Einfach deshalb, weil wir lang genug dort waren. Hey, und die Niederlande können wir auch weiter beackern. Mit etwas Glück. Hm, warte mal. Jetzt brauchen wir gleich nicht so viel. Jetzt sollten wir fahren, kriege ich ein bisschen freundliche Stimmen. Die hauen wir ständig irgendwo raus. Warte mal, Russland hat mobilisiert, Frankreich mobilisiert, Großbritannien und Persien auch. Was ist denn da jetzt passiert? Noch ein Krieg? Echt jetzt? Deswegen mobilisiert sie? Wegen diesem Krieg? Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Noch etwas schneller. Zu unserem Kriegsgrund. Ha! Und Chibuti wird österreichisch. Yay! Ich liebe es. So, Fokus entfernen. Suchen wir unseren neuen Ding. Suchen wir unseren neuen Start, den wir österreichisch machen. Irgendwas, was sich noch ausgeht bis zum Ende des Spiels. 64% im Chart. Das klingt gut. Fangen wir gleich mal dort an. Wie viele Österreicher gibt es? Und da schon 15%. Nicht schlecht. Die drittwichtigste Ding. Schauen wir uns mal die Nationalitäten an. Wie ist denn das jetzt aufgeteilt? Was sind die Nationalitäten da überhaupt? Abwanderung. Nationalitäten. Hey! In Chibuti haben wir eine Mehrheit österreichisch. In Sailor auch. Ist nicht so ein Wahnsinn. Wir siedeln das alles um. Und da ist das Gebiet bereits süddeutsch. und da ist das Gebiet. Das sieht man ja auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dauert halt ein Weilchen, aber immerhin. Langsam und sicher. polnisch, süddeutsch, österreichisch, selbst in Prat ist glaube ich haben wir schon eine mehrheit an österreichern das ist gut und auch ungarn wird langsam österreichisiert haben wir gut gemacht haben wir gut gemacht in Zagreb haben 60 prozent österreicher ja der kaiser hat das nicht so gut geschafft wie wir dafür haben die franzosen es geschafft in siegburg jetzt die mehrheit zu sein und dann im Kongo sind wir ebenfalls sehr fest schon und dann da überall schon die zweite braucht das ist so arg so gut gelingt mir so neuse nie wow die franzosen sind aber weit besser im ummodeln als wir tja da kann ich nichts machen die sind halt besser als wir was das betrifft die haben da tatsächlich Rebellen tanzwahlische Nationalisten schau schau äh nein das gefällt mir nichts wenn die eigenen Truppen anfangen zu rebellieren wieder ok ist nur noch immerhin 36 gegen wen habt ihr da gerade gekämpft doch keinen eigenen Truppen oder wie hm interessant gegen wen habt ihr dann gekämpft und dann kann man nicht mehr die die regierungsparteien wechseln vielleicht sollte man doch irgendwie nachgeben aber dann kann man nicht mehr die die regierungsparteien wechseln eine revolution während des kriegs wäre nicht so gut äh wie auf jeden fall könnten wir noch einmal eine Armee bauen oder ja können wir auf jeden fall eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn eins zwei vier fünf sechs eins zwei eins zwei eins eins zwei eins zwei zwei drei und wo noch eins zwei Flugzeuge passt das wird eine riesenarmee im drei eins 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 sechs eins zwei eins eins die ein eins 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 Hmm. Wenn wir Ost-Hannover haben, ist das überhaupt perfekt, dann ist Deutschland in 4 Teile geteilt. Jetzt, was willst du mehr? Das ist auch wieder recht groß, nur die können noch fertig ausgebaut. Yay, ein Kriegsgrund. Wir können Westfalen, Sachsen und so weiter und so weiter. Ost-Hannover, wir wollen Ost-Hannover. Okay. Wenn wir das machen. Sie sind Gott sei Dank in keiner Sphäre noch. Mit etwas Glück. Hm, Skandinavien wird nicht mitmachen. Schade. Ich frage mich gerade, ob Skandinavien auf ihrer Seite mitmacht. Ist eigentlich egal. Wir wollen Ost-Hannover, haben wir gesagt. Das ist perfekt. Warte mal. Schleswig-Holstein? Nein, nein. Ost-Hannover. Deutsch-Ost-Hannover. Da ist nämlich Helgoland ein Teil von dem. Und dann haben wir Bremen, Hamburg. Das sind große und starke Regionen. Ich glaube, das will ich. Gut, und jetzt schauen wir mal, wie wir von unseren Bündnisparten einladen. Oh, die haben gerade kein Bündnis mit uns. Mist. Japan. Ich will es akzeptieren. Passt. Russland hat kein Bündnis mit mir. Frankreich, äh Italien nicht. Skandinavien. Wir werden nicht akzeptieren. Mist. Schade, Skandinavien wäre schön auf meiner Seite. Aber wir werden die deutschen kleinen Staaten mitmachen lassen. Und sollte das Marische Reich wieder dummerweise mitmachen auf der deutschen Seite. Dann haben wir auch Griechenland wieder Bitten mitzumachen. Schauen wir mal, was passiert. Und jetzt gehen wir mal da so rein. Da dürfte eigentlich nicht mehr allzu viel stehen von ihm. Großartig, 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 großartig. Skandinavien hat ihn abgesagt. Das ist gut. So, warte mal. Was haben wir da? Nepal. Osmanen stimmen zu. Ah, da könnten wir Spanien dann fragen, wenn wir Osmanen auch mitmachen. Aber wenn nicht die Spanier fragen, die haben irgendwie mit sich selbst zu tun. Hm, aber vielleicht macht Dings jetzt mit, nachdem sie ihnen abgesagt haben. Vielleicht macht Skandinavien ja doch mit. Sie werden akzeptieren. Das ist cool. Man muss ja lange genug warten, bis sie... Und die sollten auf jeden Fall die... Die Osmanen so sehen... Warte mal. Du gehst mal da her. Da sind 45.000 Mann. Wer weiß, was die vorhaben. Und noch einmal 50.000 Mann. Die sind zwar schwach, aber wir müssen ja nicht unbedingt Truppen verheizen. Oder? Genau. Sehe ich auch so. So, die gehen wieder mal da rein. Also, wie ich denke, er wird wahrscheinlich wieder als erstes darüber heratschen. Ja. Ah... schwach jetzt sein, nachdem man gerade den Krieg verloren hat, die können ja eh reingehen, wie wir wollen. Was hat der für Truppen? 28.000, 33.000, das ist doch vollkommen irrelevant. Und einmal feste Truff, mit etwas Glück verlangt Bayern und oder... Dings auch was. Oder? Schon. Großartig, großartig, ok, 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 sehr gut. Bin mir auch noch abgefangen. Das ist klar, die hat schmuster. Ich mache das so. Na gut, ich glaube, das sollte doch glatt funktionieren, mit all diesen Truppen hier. Wenn ich die noch hinten reinnehme, dann könnten die Luxemburg für mich erobern. Hm, ob sie das machen... ... oder ob sie einfach mit Deutsch stehen und doof reinschauen. So, wie schaut das aus da? Ja, warte mal. Könnten wir diese Schiffe wieder hierher bringen? Ach ja, stimmt. Das habe ich total vergessen. Auf nach Matro. Ich glaube, die zwei Armeen, die da oben schon sind, müssten eigentlich da reichen in Afrika. Und dann schicken wir die noch mit drauf. Sicherheitshalber. Da geht es dann mal nach Kuf oder Sicherheitshalber. Äh, ja. Da schicken wir ein paar Leute noch nach Deutschland. Um meine deutschen Verbündeten zu unterstützen. Gut. Noch ein kleiner Krieg. Wir haben ihn gestartet. Das nächste Mal machen wir ihn zu Ende. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft's gut und trank's was Schönes.